Die hat uns die letzte Karriere über das Space-Mining-Gesetz erzählt, an der Uge, da ist demnächst über das Space-Tourismus zu schwätzen, dass das auch wirklich im Kommen. Es hat gesagt effektiv so aus, wir wollen dann in den nächsten Jahren eine Realität geben. Die Idee zieht immer mehr Leute an und es gehen immer mehr Betriebe, die so ein Service developieren. Wie genug suchen heute, kann sich geschwindet den Raum von einem riesigen Weltall erfüllen. Die amerikanische Firma Orion Span hat an der Seat bis 2021 den echten Luxus-Urteil am Weltall, Dorora Station, abzumachen. Hier offen, zwölf dich für ein Astronaut-Lieven und welch man den gewissen Konfort von der Uhr beobachten kann. Den Urteil wird also Planeten all 90 Minuten im Flähen, demnach reinges Gäste am Schnittbahn in 24 Stunden 16 Sonnen-Op an Inergängen zu gesehn. Weltall-Räse für Privatleid, govich aber schon. Stimmt, die echte Privatperson am Weltall war der Geschäftsmann Dennis Tito. Das war 2001. Santa hier hatte jüß nach 600 Personen gelegen, nicht so ein Räse zu erholen. Der lässt 2009. Weil immer mehr Unterprisen sich dem Space-Travel widmen und auch immer mehr Leid reich genug, sie für sich so ein Räse zu finanzieren, wird doch auch vom Weltall-Tourismus an den Lut gehen. Das ist aber bestimmt ein paar Weg. Allerdings. Für die zwölf dich auf der Aurora Station, die sechs Gäste und zwei Crewmommern abholen kann, muss er 9,5 Millionen Dollar pro Kapp, also 792.000 Dollar pro Nucht bezahlt gehen. Und einfach so kann er da natürlich nicht machen. Ein Räse an der Weltall ist eine schwere Beleistung für den Körper, aber darf einer adäquaten Präparation. Mehr anstatt in den üblichen 24-Main-Vierberedungen wird den Operator Orion Spandes auf drei Mänen reduziert. Geht es keine Ahnung, um die günstige Mäßigkeit für an den Weltraum zu reisen? Doch. Eine Reihe von Entrepreneurs schaffen uninteressante Alternativen. Der Gründer von SpaceX, den Elon Musk, wird annonciert, dass in der Firma zwei Privatleute auf den Trip rund um den Mond schicken wird. Der Richard Branson, vom Mäse CEO von Virgin, plant Touristen mit mir kurz zu reisen, sie erst 1.000 Meilen über der Erde, ob die Grenze vom Weltall zu bringen. Katy Perry und Tom Hanks haben sich anscheinend schon nachgeschrieben für den 250.000 Dollar-Trip. In 2017 hatten immerhin schon 650 Leute sich ein Ticket kaufen. Und das ist das juste Nufang. Ah ja, wenn er aber schon einen Platz auf der Aurora Station reservieren will, denn er kommt aus 80.000 Dollar.